Hallo, in meinem letzten Video habe ich meine wunderschöne Christrosenschale gezeigt und auf vielfachen Wunsch muss ich doch dieses ganz ganz besondere Stück nochmal, ich musste ja, ich wollte es gerne für euch nochmal nachmachen und im folgenden Video erfährst du, wie das genau geht. Sehr gerne zeige ich nicht nur meine eigenen Kreationen auf meinem Kanal, sondern natürlich auch super gerne, was die YouTuber alle so nachmachen und hier seht ihr die wunderschönen Fotos von Mareike aus Freiburg, die Insekten sind auch schon zu Gast, wie man sieht und sind begeistert und dann hat die Ursula aus Lippstadt noch eine wunderschöne Schale gemacht, vielen vielen Dank dafür. So, zurück im Laden und obwohl jetzt ja eigentlich auch die Tulpenzeit losgeht, wollte ich euch doch noch auf vielfachen Wunsch die Christrosenschale zeigen, zuerst mal noch ein wunderschönes Werkstück, weil eigentlich haben wir Betriebsurlaub und eigentlich wollte ich diese Woche überhaupt kein Video machen, aber es waren für heute so viele Aufträge, dass wir einfach mal kurzerhand ans Werk gingen und auch solche schönen Sachen wie diesen tollen Strauß haben wir auch gehabt und ich spiele euch mal ein paar Bilder noch ein, so einen kleinen Voranklang, was wir so gemacht haben, auch tolle Tulpen. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Aber für heute gibt es dann nochmal ein Werk. Moment, ich komme mal Strauß nochmal in die Vase. So, man sieht auch, wie schön in der Spirale gebunden ist, weil die Stiele alle so wunderbar nach außen laufen. Ja, und heute gibt es ja nochmal die tolle Christrosenschale. Das Bild habt ihr ja schon gesehen und ich habe es auch angekündigt und ich habe so wunderschön blühende Christrosen bekommen. Und ihr habt ja einfach mal gefragt, wer noch so im Team mitarbeitet. Heute gibt es schon mal eine Auflösung, weil heute zeige ich euch die Eva, die mit dem Team ist. Und wir pflanzen zusammen diesen tollen Korb. Da machen wir die Christrosen rein. Das ist ein richtig schöner, der nennt sich Drypot. Der hat so einen tollen, festen Boden. Und oft ist ja das Problem, dass diese Körbe, die haben dann keine, also entweder Folie drin oder haben gar nichts drin. Und dann wird natürlich die Erde nach außen durchlaufen. Und das ist eigentlich eine wunderschöne Kombi, weil das ist ein ganz toller Flechtkorb. Und man hat eigentlich einen schönen, festen Topf. Aber hier sind natürlich keine Löcher drin. Das geht gar nicht. Und deswegen haben wir uns schon mal vorbereitet. Und bevor die Eva und ich gleich hier tauschen, weil sie filmt nämlich, bohre ich mal kurz die Löcher. Und dann geht es gleich weiter, wenn wir dann ans Pflanzen gehen. Weil wir haben ganz viel tolle Deko dabei. Und nun? Hallo, da kommt die Eva. Seit ganz vielen Jahren in meinem Team. Und wir machen jetzt zusammen diese tolle Christrosenschale. Damit wir uns nicht so viel bücken müssen, haben wir die jetzt einfach mal auf den Mülleimer gesetzt. Und Löcher hat sie eh schon drin. Ja, und los geht's mit der Arbeit. Gut, zuerst machen wir die Drainage rein. Wir brauchen auf jeden Fall Drainage, damit das Wasser ablaufen kann. Also jetzt sind Löcher reingemacht. Dann ist diese schöne Hydrokultur-Kicker. Da kann man auch Tonscherben nehmen oder Styroporschnipsel. Also die kann man nehmen, wie man will. Aber ganz, ganz, ganz wichtig. Man muss die Erde und die Drainage, also diese Hydrokultur, die müssen natürlich getrennt werden. Ansonsten kann man sich die Trennung natürlich sparen. Das heißt, trennen, jetzt muss einfach ein schöner Stoff hier dran gemacht werden. Und der Stoff trennt dann diese Hydrokultur-Kügelchen von der Erde ab. So, da kommt auch schon der Stoff mit der Eva. Sehr schön. Da kannst du auch eine alte Jeans nehmen oder ein T-Shirt. Dieser Drainage-Vlies ist natürlich ein bisschen langlebiger. Und der verrottet einfach nicht so schnell. Das ist wichtig daran. Ja, jetzt kommt die Erde drauf. Und dadurch, dass dieser Stoff dazwischen ist, kann immer das Wasser ganz toll abfließen. Und die Löcher verstopfen nicht. Wichtig, wichtig, wichtig. Wichtig. Und jetzt werden auch die Klumpen ordentlich weggemacht. Ja, wir sind ein ordentlicher Betrieb. Und wir haben auch für die ganz toll blühende, wunderschöne Christrosen ausgesucht. Ja, Eva, was meinst du, wenn die mehr Erde bekommen? Ja, die verhalten sie auf jeden Fall länger. Können tiefer wurzeln. Mhm. Und haben mehr Nährstoffe. Mhm. Ja, interessant ist ja, dass die von den Gärtnern immer in sehr, sehr kleinen Töpfen gezogen werden. Und wenn die dann in den größeren Töpfen sind, da können die sich auch schön entfalten. Man kann die jetzt im Winter schön in der Schale lassen. Und im Sommer können die an einem schattigen Platz im Garten gepflanzt werden. Und die wollen also keine pralle Sonne draußen, wenn ich das alles so richtig verfolgt habe, die Christrosen. Und die wollen auch nicht zu nass sein. Ja, das ist auch wichtig. Ja, die Erde drin. Wichtig ist, dass man es gut andrückt und dass ein Gießrand da ist, dass das Wasser nicht drüber läuft. Ja, und wir haben uns gerade beim Föllen natürlich nochmal drüber unterhalten. Es ist immer schön, wenn einer da ist, der dann beim Pflanzen hier nochmal schön die Pflanze weghält, dass man die Erde einfüllen kann, weil das nämlich alleine sehr lästig. Und wir haben gesagt, also dadurch, dass dieser Korb diesen stabilen Kunststoffrand hat, ist der, ja, vergammelt der einfach nicht so schnell. Mir fällt kein besseres Wort für Vergammeln ein. Ja, aber wir haben jetzt eigentlich noch so ein paar Ideen, oder Eva? Ja, jetzt dekorieren wir das Ganze noch etwas aus. Mit einer schicken Kiefer oder auch anderes Grün. Ich werde das jetzt einfach mal da hineinstecken. Super. Was haben wir denn da jetzt alles Schönes? Also wir haben eine tolle Flechtenzweige, Apfelbaumzweige. Und was haben wir da? Ach, eine Kondifere. Und guck mal, wie schön die ist mit diesen kleinen Zäpfchen, mit diesen süßen kleinen Zäpfchen. Klasse. So, das machen wir noch von dem hellen. Und schön ist natürlich auch, dass dieses Farbenspiel dabei ist. Diese hellgrüne Konifere zu diesem, zu dem schönen hellen Grün von den Christrosen. Weil was die machen, die Christrosen, ist natürlich, je länger die blühen, desto mehr, sagt man, die vergrünen die. Ja, und die blühen am Anfang weiß. Und dann, je länger sie blühen, desto mehr wert gehen sie ins Grüne. Und hier sieht man schon weiße und grüne Blüten. Weil es ist natürlich Frühjahr. Aber wie lange wird die noch blühen, Eva? Was meinst du? Oh, mehrere. Und würde ich sagen. Weil die hat ja noch ganz viele Knospen unten drin. Die kommen ja dann noch hoch. Moment, lass mal zeigen. Wow, da gibt es ja echt noch richtig Potenzial von unten. Super. Also die hat da noch einen weichen dran. Ja, das ganze Frühjahr. Ja. So, jetzt drehen wir das Ganze mal rum, dass man da besser dran kommt. Mhm. Und dadurch, dass die auch draußen steht, weil Christrosen wollen natürlich unbedingt draußen stehen. Ich habe die jetzt bei dem Kunden erst gesehen. Da stand die drin und die ist ganz gelb geworden. Und es hat mir im Herzen wehgetan, diese wunderschöne Blüten zu sehen, wie die so kaputt gehen. Also die muss, muss raus. Und dadurch halten natürlich auch diese Koniferenzweige ganz toll. Und bleiben auch so schön grün. Und wir haben ja nicht nur diese, diese schöne hellgrüne Konifere. Ich blende da nochmal drauf. Sondern wir haben auch diese tolle, grobe Kiefer, die auch noch mit diesen schönen Zapfen. Die Eva macht extra die Nadeln ab. Das ist natürlich auch gut so. Dass man sie besser hineinstecken kann. Ja. Wenn man zu viel Nadel unten dran hat, dann kann man sie nicht so gut hineinstecken. Mhm. Genau. Sehr gut. Ach, ist das schön. Das ist auch toll in einem Video mal eine Kooperation zu haben. Ansonsten bin ich immer allein im Stress. Jetzt haben wir das doch schön ausgegrünt. Mhm. Jetzt machen wir da noch Zweige dran. Jetzt haben wir hier schön den bemoosten Zweig. Ja. Wir haben auch noch Korkenzieher-Haselnuss-Zweige. Nicht nur die Apfelbaum-Zweige. So. Stimmt. Aber das ist ein bisschen störrig. Von allem was. Ja. Ich dachte, vielleicht legen wir den. Ja. Ja. In der Stelle. Ja. Ja. Es sieht auch ganz toll aus. Weil das diese wunderschöne Musterung, was gelblich und diese Flechten. Also Flechten sind was ganz Wertvolles in der Floristik. Und die Laien, die erkennen das meistens gar nicht, dass das so, so geschätzt ist. Was die Eva jetzt hier macht, sie drahtet diesen, diesen Zweig an. Und ich mache so einen, einen Spieß mit einem festen Draht. Ja. Und drücke den hinein. Ein Steckdraht, den braucht man hier. Also es ist nicht wie für manche anderen Arbeiten haben wir ja diesen Wickeldraht. Ich zeige ihn mal vor der Kamera hier. Und nein, das ist jetzt hier ein Steckdraht. Und das ist dann immer, wenn man solche Zweige fixieren will, ist das mit dem Steckdraht super zu machen. Und das sollte auch Minimum, welche Stärke sollte das sein? Ein Zehner? Das ist bestimmt ein Zehner oder ein Zwölfer. Ja, das ist dann schon sinnvoll. Sonst biegt er sich gleich um beim Einstecken. Genau. So, und dann haben wir hier noch ein paar Zapfen. Das ist ja noch Winter. Die Drahten wir dann auch an. Gerade diese dicken Zapfen mit einem dicken Draht. Das muss dann schon sein. Also der Draht wird um den Zapfen rumgeführt. Genau, die Eva, die hat es schon so oft gemacht. Es geht zack, zack, zacki, dalli. Aber ja, der wird dann um den Draht, also quasi der Draht um den Zapfen verdreht. Und dann kann man den wunderbar den Zapfen einstecken. Also schön ab in die Erde reinstecken. Und immer schön rumdrehen und gucken, wo es passt. So, und da wir jetzt zwei Zapfen haben, würde ich hier auch ein Pärchen draus machen. Das sieht dann schöner aus, als wenn es einzeln drinsteckt. Die Floristen sagen immer gruppieren. Gruppieren sieht immer schöner aus und wirkt besser, wie wenn man die alle so einzeln reinmacht. Und ich zeige das mal von oben. Ich bin nicht so groß wie mein Kameramann, aber ich bleibe stets bemüht. Und hier sieht man auch, wie schön das wirkt dann. Es hat gleich mehr Wirkung, wenn die zwei als Pärchen drin sind. Das sehe ich ganz genauso. Sehr, sehr schön. So, jetzt haben wir hier noch Robbenzieherhasen, auch so ein schönes dickes Stück. Das würde ich jetzt auch eher legen, hineinlegen. Vielleicht auf die andere Seite, nicht hier hin. Jetzt kommt wieder unsere tolle Astschere. Die habe ich auch schon ab und zu empfohlen, weil die mit diesem Amboss-System ist. Geht das? Ah ja, super. So, jetzt machen wir da auch wieder so ein Draht, ne? Ja, damit er nicht spazieren geht und schön fest drin bleibt. Und Korkenzieherhaselnuss hat halt so schöne dicke Stücke. Und hier, das ist jetzt so ein richtig dickes. Man sieht es auch an den Händen von der Eva, wie dick das ist. Und es gibt auch die feinen Teile von der Korkenzieherhaselnuss. Und da könnte man vielleicht nach oben noch was reinmachen, oder? Was meinst du? Genau, erst mal das Kabel weg, gell? Ah, so ist das. So, also können wir jetzt noch nach oben arbeiten? Mhm, gerne. Ja, wenn das Werkzeug fällt, kann man heimgehen. Nein, nein, das machen wir nicht. Wir sind noch nicht fertig. Und jetzt wird erst mal noch unser Prachtstück schön hübsch gemacht. So, und dass das nicht so alleine ist, mache ich noch eins rein. Hier ist es noch rein. Also mit den Früchten dran, das ist eigentlich ganz schön. Ja, oh ja, ich zeige es nochmal in der Nahaufnahme. Das ist sehr, sehr hübsch und sehr dekorativ, diese Früchte. Sind das ja dann die Samen später? Ja, genau. Ah ja, okay. So, ja, es sieht gut aus. Ja, es ist wunderbar. Es gibt auch ein Geschenk. Und dann haben wir natürlich noch eine kleine, eine nette Idee, wie man das als Geschenk, ja, wie man das schön die Karte befestigen kann. Und jetzt wechseln wir mal kurz. Jetzt komme ich auch noch mal kurz an die Kamera. Und ich gebe dir mal hier noch das. Jetzt möchte meine, ja, die Bestellerin, die möchte es gerne verschenken, wie gesagt. Und hat eine tolle Karte, haben wir dazu ausgesucht, die haben wir schon geschrieben. Und die ist hier mit diesem schönen Ginko. Und das ist natürlich immer toll, wenn man diese Karte auch schön in diesem Arrangement befestigen kann. Dazu nehme ich einen Bast. Ich habe jetzt einen grünen Bast. Ja, ich bin heute auf dem grün-weiß-Trip. Sowohl mit dem Strauß als auch mit der Schale ist alles in grün-weiß. Und man kann diesen Bast ganz toll rund um die Karte legen. Ja, man sieht es jetzt hier besser, weil vorne ist alles grün. Und man wird... Bluck, bluck. Und kann den Bast dann verknoten. Und damit ist es so schön eingewickelt. Und damit dieser Bast auch hält, habe ich jetzt hier ein Draht genommen. Also hier kommt wieder ein Steckdraht zum Einsatz. Wie immer, alles bei Floristik24 käuflich erwartbar. Und ich biege den Draht um. Also habe dann hier so ein langes Stück, habe ihn einmal umgebogen. Kann hier auch eine schöne Schleife noch in dem Draht machen. Und dadurch, dass ich den Draht jetzt hier das Stück habe, kann ich den Draht einfach reinstecken ins Erdreich. Und habe hier wunderschön, wenn ich jetzt hier noch eine Schleife dran mache, und habe hier ganz toll diese Karte in meiner Arbeit mit dekoriert. Und die rutscht auch nicht raus. Und ich brauche auch sonst nichts befestigen. Und ich glaube, das ist jetzt in dem Fall ein viel schöneres Geschenk als ein Strauß, weil man daran jetzt echt locker zwei Monate hat. Und das ist wirklich lange Blumenfreude. Oder vielleicht die nächsten Jahre, wenn man es im Garten pflanzt und wieder dann in die Schale. Aber das ist was für den Terrassentisch. Das ist schon eine ganz tolle Geschichte. Aber es gibt jetzt noch viel mehr Frühjahrsarbeiten. Das sind jetzt die Frühjahrsblumen für draußen. Gibt auch Blumen für drin. Schau meine Videos mit Tulpen. Da zeige ich dir die Infocards. Und ich freue mich, dass du dabei gewesen bist. Und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Tschüss, eure Margit.